Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserem dritten Agismat-Kursteil Esst Weizen, trinkt Milch. Es ist das Kapitel Nummer 2, welches überschrieben ist mit der Überschrift Weizen, Forschungsergebnisse, die für ihn sprechen. Bitte denken Sie daran, dass es sich am besten macht, wenn Sie die zuvorigen Beiträge, nämlich die Einleitung von Kapitel 1 zuvor rezipieren und sich dann erst diesem Kapitel zuwenden. Aber Sie sind natürlich frei in Ihrer Vorgehensweise, gar keine Frage. Wir führen diesen Kurs durch mit dem Ziel mehr Wissen für bessere Lebensqualität und hier im Zusammenhang mit Weizen essen und Milch trinken. Ich muss schon sagen, das Kapitel 2, dieses Vorzubereiten, hat mir große Freude bereitet, denn es wird konkret und man kann mit vielen Dingen, die in der Luft herumschwirren, Klarheit schaffen oder zu vielen Dingen Klarheit schaffen aus der Literatur. Und wir haben zwei Forschungsrichtungen, das habe ich angedeutet im Kapitel 1 am Ende. Einmal die Gegner des Glutens, also die nenne ich mal Glutengegner, und dann die Estweizen befürworten. Ja, und so setzen wir uns mal ganz konkret mit vielen Fragen dabei auseinander. Ich möchte darauf hinweisen, dass Sie unseren Haftungsausschluss auf medizinischem Gebiet hier wiederum unter dem Video sich öffnen können, das ist ein PDF. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass... Ja, und beginnen wir einfach. Wie schon in den vorigen Kapiteln beschrieben, gibt es fundierte Forschungsergebnisse, die zeigen, dass Weizen seit Jahrtausenden ein gesunder Bestandteil der Ernährung der Menschheit ist und besonders für die winterliche Jahreszeit sehr, sehr geeignet ist, die Gesundheit zu erhalten. Ich möchte hier noch einmal klarstellen, dass ich nicht dafür plädiere, ständig eimerweise Weizen zu essen. Vielen Menschen geht es ohne ihn tatsächlich besser und die Entscheidung, auf Gluten zu verzichten, ist durchaus berechtigt. Sehr wohl sage ich aber Folgendes. Wenn man die richtige Sorte in der richtigen Menge und zur richtigen Zeit isst und eine leistungsfähige Verdauung hat, erfüllt Weizen eine ebenso wichtige Aufgabe wie andere Lebensmittel und bietet eindeutigen gesundheitlichen Nutzen. Bevor Sie also Gluten für immer aus Ihrer Ernährung streichen, sollten wir deshalb auf jeden Fall sicherstellen, dass Sie keine späteren Gesundheitsprobleme riskieren, weil Sie das aufgeben, was Ihre Symptome hervorruft, anstatt im Kern der Probleme anzusetzen, einer schwachen Verdauung. Nun habe ich das so, jetzt möchte ich es gern weiter so vorgehen, dass ich immer die Meinung oder die Ergebnisse, die wissenschaftlichen Ergebnisse der Glutengegner darstelle, in einer nummerierten Vorgehensweise und dann mit dem S-Weizenbefürworterlager dann antworte. Also die zwei wissenschaftlichen Lager bringe ich hier sozusagen ins Zusammenhang und Sie können selbst dieses Bild verschaffen. Hier sehen Sie unten übrigens bei der ersten Aussage der Glutengegner, sehen Sie unten übrigens auch die Quelle, ein Buch, was in deutscher Sprache erschienen ist, das lautet Dumm wie Brot und Sie können sich dieses natürlich auch beschaffen und lesen, gar keine Frage und da finden Sie diese Aussagen der Glutengegner fast alle, nicht alle, die ich hier aufhöre, aber fast alle. Erste Aussage der Glutengegner. Weizen oder Getreide kam in der Ernährung der frühen Menschen kaum oder gar nicht vor. Darauf antworte ich aus dem Lager der Est-Weizen-Befürworter. Unsere Vorfahren waren Jäger, aber auch Sammler. Sie hatten weder Kühlschränke noch exotische, aus der ganzen Welt importierte Nahrungsmittel. Sie aßen, was die Natur ihnen im Wechsel der Jahreszeiten lieferte. Zu den Schätzen der Natur, die unsere Vorfahren sammelten, gehörten je nach Jahreszeit Getreide, Wurzeln, Früchte, Gemüse und andere Kohlenhydratlieferanten als Grundnahrungsmittel. Über Millionen von Jahren verzehrten die frühen Homini glutenhaltige Getreide wie Weizen und wie bereits erwähnt, gibt es Belege, dass bereits vor 30.000 Jahren Mehl auf Getreidebasis hergestellt wurde und auch dafür, dass es sich mit dem Aufkommen des Ackerbaus vor 10.000 Jahren Brot- und Getreideprodukte als Grundnahrungsmittel verbreiteten. Nicht nur hat sich Gluten im Laufe der Geschichte als erfolgreiches Grundnahrungsmittel bewährt, die meisten Forschungsergebnisse legen auch nahe, dass eine auf Pflanzen basierende Ernährung mit viel Gemüse, Obst und Getreide, bei der Gluten nicht ausgeschlossen wird, das Risiko chronischer Erkrankungen senken kann. Kommen wir zur zweiten Aussage aus dem Lager der Glutengegner. Eine glutenfreie Ernährung fördert Immunität und Darmgesundheit. Meine Antwort aus dem Wissenschaftslager der Est-Weizen-Befürworter Eine neuere Untersuchung, bei der 10 gesunde Erwachsene sich einen Monat lang glutenfrei ernährten, zeigte bei den Studienteilnehmern eine Verringerung der Zahl der nützlichen Darmbakterien und eine Zunahme der ungesunden Darmbakterien. Zudem wurde ein erhebliches Nachlassen der Immunfunktion beobachtet. Es stellte sich heraus, dass die Ballaststoffe und Kohlehydrate in Getreide wie Weizen gesunde, in Anführungsstriche immunstärkende Mikroorganismen im Darm nähren. Würde Gluten aus der Ernährung gestrichen, so würde dies sogar zu einer Störung des empfindlichen mikrobiellen Milieus im Darm führen. Dieses hat sich vermutlich über Jahrmillionen des Weizenverzehrs entwickelt. Die nächste Aussage aus dem Lager der Glutengegner. Der Verzehr von Gluten führt zu Gewichtszunahme und Fettleibigkeit. Die Est-Weizen-Befürworter antworten darauf mit ihren Studien. Nach Aussage des Gluten-Experten der Mayo-Klinik, Dr. Murray, finden sich keine Belege dafür, dass eine glutenfreie Ernährung einen Gewichtsverlust bewirkt. Murray erklärt, dass die meisten Menschen, die sich glutenfrei ernähren, eher einfach insgesamt weniger essen und deswegen abnehmen. Eine weitere Studie der Harvard Medical School und anderer Einrichtungen, die im American Journal of Clinical Nutrition veröffentlicht wurde, ergab, dass Frauen, die mehr Vollkorngetreide aßen, ein geringeres Gewicht hatten als Frauen, die weniger Vollkorngetreide aßen. Gleichzeitig war bei den Frauen, die mehr Ballaststoffe aus Vollkorngetreide zu sich nahmen, die Wahrscheinlichkeit einer Gewichtszunahme um 49% geringer als bei Frauen, die mehr raffinierte Getreideprodukte aßen. Außerdem praktizieren viele der gesündesten Zivilisationen in aller Welt eine kohlenhydratbasierte Ernährung. Dazu gehören unter anderem die Jäger- und Sammlerkultur, der Hatsa im Norden von Tansania, die Kuna in Panama, die Kitawa auf den pazifischen Inseln, die Tukisenta in Papua-Neuguinea, die Bewohner Okinawas und die Griechen. In manchen dieser Zivilisationen besteht eine Ernährung zu mehr als 69%, manchmal sogar zu 90% aus Kohlenhydraten. Dennoch sind die Menschen gesund und schlank und neurologische Krankheiten und andere moderne chronische Erkrankungen kommen praktisch nicht vor. Viele weitere Studien ergaben, dass ein höherer Konsum von Vollkorngetreide einschließlich des glutenhaltigen Getreides mit einem niedrigen Body Mass Index assoziiert ist. Die vierte Aussage aus dem Lager der Glutengegner lautet, eine Ernährung mit wenig oder ganz ohne Getreide erhöht die Lebensdauer. Die Est-Weizen-Befürworter antworten mit ihren wissenschaftlichen Studien, tatsächlich wurde nachgewiesen, dass eine Ernährung mit einem hohen Anteil von Vollkorngetreide, auch an glutenhaltigem Vollkorngetreide, sowohl die Lebensdauer insgesamt als auch die Herz-Kreislauf, die des Herz-Kreislauf-Systems erhöht, da sie uns gesund erhält. Darüber hinaus wurde in zahlreichen Studien sogar nachgewiesen, dass eine kohlenhydratarme Ernährung die Lebensdauer senkt und unser Risiko für Störungen während Kreislauferkrankungen und Krebs erhöht. Die fünfte Aussage der Glutengegner. Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Gluten und Kohlenhydraten einerseits und der Alzheimererkrankung und Demenz andererseits und es ist gesünder, das Augenmerk auf eine fett- und eiweißreiche und kohlenhydratarme Ernährung zu legen. Die Est-Weizen-Befürworter antworten darauf mit ihren Ergebnissen. Die entscheidenden Forschungen zu dieser These deuten darauf hin, dass ein hoher Blutzuckerspiegel, also nicht Weizen, ein Risikofaktor für Demenz ist und zwar selbst bei Nicht-Diabetikern. Die Forschungen berichten auch, dass Zucker mit Alzheimer-Krankheit und Demenz assoziiert ist und nicht Weizen oder Getreide, wie von vielen Fachleuten unter den Glutengegnern behauptet. Verarbeiteter Weizen bringt unzweifelhaft gewisse Probleme. Für Alzheimer und Demenz sollte allerdings nicht der Weizen verantwortlich gemacht werden, wenn die Forschungen zu diesem Thema Zucker als den Risikofaktor identifizieren. Die sechste Aussage aus dem Lager der Glutengegner lautet, der Verzehr von Gluten stört eine regelmäßige Darmentleerung und gesunde Verdauung. Die Est-Weizen-Befürworter antworten mit ihren Ergebnissen, Vollkorngetreide ist reich an Ballaststoffen und Ballaststoffe unterstützen als Volumenbildner den Abtransport des Darminhalts. Dadurch wird die für die Passage durch den Darm benötigte Zeit verringert und unangenehme und ungesunde Zustände wie Verstopfung bleiben ihnen erspart. In einer Studie wurde nachgewiesen, dass ballaststoffreiche Weizenprodukte die Ausscheidung um 33 bis 36 Prozent steigerten. Dass Ballaststoffe eine gesunde und regelmäßige Verdauung fördern, ist allgemein bekannt und in seiner nicht raffinierten Form ist Weizen eine gute Ballaststoffquelle. Kommen wir zur siebenten Aussage im Rahmen unserer Gegenüberstellung aus dem Lager der Glutengegner. Die in Getreide enthaltene Phytinsäure kann Mineralstoffe binden und deren Aufnahme hemmen, was zu einem Mineralstoffmangel führen kann. Zudem kann die in Getreide enthaltene Phytinsäure unsere Verdauungsenzyme und damit unsere Verdauungsenergie verringern und gilt als Antinährstoff oder Nährwerthemmer. Die Esstweizenbefürworter antworten darauf, Phytinsäure ist ungiftig und kann sich sogar positiv auf die Gesundheit auswirken. Sie enthält starke Antioxidantien, senkt nachweislich Blutzucker, Cholesterin, Insulin und Triglyceridspiegel und hemmt Entzündungen im Körper. Studien deuten darauf hin, dass Phytinsäure die Häufigkeit von Krebs, Herzerkrankungen, Fettleibigkeit, Parkinson-Krankheit, Diabetes, Nierensteinbildung und anderen chronischen Krankheiten senken kann und sie stärkt nachweislich das Immunsystem. Nach Aussagen medizinischer Fachleute wird überschüssige Phytinsäure aus der Nahrung von Bakterien im Verdauungstrakt sicher verstoffwechselt. Interessant ist auch, dass die Wahrscheinlichkeit von Asthma im Kindesalter mit dem Verzehr größerer Mengen von Vollkorngetreide und darin enthaltenen Phytinsäure um 54% sank. Wie wir in Kapitel 7 sehen werden, steigern der Verzehr von Sauerteigbrot und andere traditionelle Verfahren wie das Einweichen, Keimen und Fermentieren der Körner die Phytaseaktivität, die für Menschen mit einem befindlichen Verdauungssystem die Phytinsäure aufspaltet. Kommen wir zur achten Aussage aus dem Lager der Glutengegner. Eine kohlenhydratarme Ernährung kann die Gesundheit von Herz und Gefäßen fördern. Die Est-Weizen-Befürworter antworten darauf. Für kurze Zeit können sie möglicherweise ohne größere Mengen von Kohlenhydraten leben, ohne dass dies schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Herz und Gefäß hat. Zahlreiche Studien haben jedoch gezeigt, dass Vollkorngetreide und damit eine Ernährung mit einem hohen Anteil an komplexen Kohlenhydraten unsere Herz- und Gefäßgesundheit intensiv unterstützt. In einer im American Heart Journal veröffentlichten Untersuchung wurde nachgewiesen, dass bei Frauen jenseits der Wechseljahre, die mindestens 6 Portionen Vollkorngetreide pro Woche aßen, sowohl Arteriosklerose als auch Stenose langsamer fortschritten. Beide sind Erkrankungen, die die Kreislaufgefäße schädigen. Die neunte Aussage der Glutengegner lautet, Gluten und Kohlenhydrate fördern das Brustkrebsrisiko. Ich wiederhole, die Glutengegner sagen, Gluten und Kohlenhydrate fördern das Brustkrebsrisiko. Die Est-Weizen-Befürworter antworten darauf. In einer im International Journal of Epidemiology veröffentlichten Studie senkten die Frauen vor der Menopause, die die größte Menge an Ballaststoffen aus Vollkorngetreide aßen, ihr Brustkrebsrisiko um eindrucksvolle 41%. In einer weiteren Studie mit Frauen nach den Wechseljahren war das Brustkrebsrisiko bei denen, die die größte Menge an Ballaststoffen aus Getreide aßen, um 50% geringer im Vergleich zu denen, die die geringste Menge an Ballaststoffen zu sich nehmen. Zudem wurde festgestellt, dass Vollkorngetreide hohe Mengen an Phenolen und Lignalen enthält, die vor Krebserkrankungen wie Kolonen, also dem Darmkrebs und Brustkrebs, schützen. Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Gluten und Diabetes. Die Est-Weizen-Befürworter antworten darauf. In einer neueren Untersuchung wurde nachgewiesen, dass das mit Diabetes im Zusammenhang stehende metabolische Syndrom bei den Teilnehmern um 38% geringer war, die die höchste Menge an Ballaststoffen aus Getreide zu sich nahmen, im Vergleich zu denen, die die niedrigste Menge davon zu sich nahmen. Zudem zeigten Forschungsergebnisse, dass Ernährungsformen mit hohem Vollkorngetreideanteil mit einem um 31% geringeren Risiko für Typ-2-Diabetes assoziiert waren. Wenn kein Zusammenhang zwischen Weizen bzw. Gluten und Blutzuckerproblemen existiert, muss der in dem raffinierten Weizenmehl und der starken Verarbeitung und Verunreinigung der meisten von uns konsumierten Weizenprodukte liegen. Studien zeigen immer wieder, dass nicht raffinierter Vollkornweizen sich günstig auf den Blutzucker auswirkt. Wenn ich von Studien spreche, dann sind die Studien immer angegeben in dem Buch, worauf ich mich hier beziehe, und dort könnten Sie auch die Quellen jederzeit nachlesen. Kommen wir zur nächsten Aussage, der Glutengegner. Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Gluten und Depressionen. Die Est-Weizenbefürworter antworten darauf, Ernährungsweisen wie die Mittelmeerdiät, die reich an pflanzlichen Lebensmitteln einschließlich Vollkorngetreide ist, gelten ebenso wie der Verzehr von Vollkorn, Cerelain als ideale Diät zur Vorbeugung gegen Depressionen. Der wahre Schuldige bei der sogenannten glutenbedingten Depression, das in Anführungsstrichen, glutenbedingte Depression, ist aber Wahrscheinlichkeit nach, der übermäßige Verzehr von Produkten aus stark verarbeiteten Weißmehl und eine Verstopfung der Lymphgefäße, die Abfallstoffe aus dem Gehirn abtransportieren. Unvollständig verdautes Gluten kann durch den Darm in die Lymphe übergehen und eine Verstopfung der Lymphgefäße verursachen. Kürzlich wurde im Gehirn entdeckt, dass im Gehirn Lymphgefäße bestehen, die Depressionen verursachen können, wenn sie verstopfen. Noch bis vor kurzem wurde angenommen, dass sich im Gehirn gar keine Lymphe befinden. Inzwischen wird ein Lymphstau im Gehirn mit den verschiedensten psychischen Erkrankungen und mit Entzündungen in Verbindung gebracht. Wie wir in den Kapiteln 4 und 9 sehen werden, kann unverdautes Gluten durch den Darm nach außen dringen und die meisten glutenbedingten Symptome hervorrufen. Die nächste Aussage aus dem Lager der Gluten-Ginger lautet, Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Gluten und einer Verschlimmerung von Autismus-Symptomen. Die es weizenbefürworter antworten mit ihren Studien dagegen. In einigen Studien wurde festgestellt, dass Gluten in Wirklichkeit keinerlei Auswirkungen auf Menschen mit Autismus hat und keines ihrer Symptome verschlimmerte. Andere Studien ergaben, dass Gluten sich auf manche, aber nicht auf alle Probanden mit Autismus auswirkte. Was darauf schließen lässt, dass es unterschiedliche Untergruppen im Autismus-Spektrum gibt, die jeweils unterschiedlich auf Gluten reagieren. Die nächste Aussage aus dem Lager der Gluten-Gegner. Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Gluten und Schizophrenie. Darauf antworten die Es-Weizen-Befürworter. Tatsächlich hat die Forschung Belege dafür geliefert, dass Gluten keine statistisch signifikante Wirkung bei Menschen mit Schizophrenie hat. So wurde beispielsweise in einer Studie, bei der Schizophrenie Teilnehmer Gluten zu sich nahmen, im Vergleich zur Placebo-Gruppe weder eine Verschlechterung des klinischen Zustands noch eine messbare Entzündungsreaktion beobachtet. Kommen wir zur nächsten Aussage aus dem Lager der Gluten-Gegner. Gluten wird mit der Zunahme von Angstzuständen assoziiert. Die Es-Weizen-Befürworter bringen ihre Position wie folgt. Der Verzehr von Vollkorngetreide, auch solchen, das Gluten enthält, wirkt sogar nachweislich vorbeugend gegen Angstzustände. Tatsächlich wurde beobachtet, dass eine Umstellung auf die Mittelmeer-Diät mit ihrem hohen Vollkornanteil sich positiv auf die Gesamtverfassung und Stimmungslage auswirkt. Auch hier liegen die entsprechenden Studien in Quellen nachweislich Buches vor. Nächste Aussage aus dem Lager der Gluten-Gegner. Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Gluten und Arthritis. Die Es-Weizen-Befürworter antworten darauf mit ihren Ergebnissen. Vollkorngetreide ist indiziert bei einer gesunden Ernährung zur Vorbeugung gegen Gicht, die mit Arthritis assoziiert ist. So haben beispielsweise zahlreiche Studien ergeben, dass die Mittelmeer-Diät mit ihrem hohen Getreideanteil bei arthritischen Entzündungszuständen eine entzündungshemmende Reaktion bewirkt. Darüber hinaus sind Vollkornweizenprodukte eine ausgezeichnete Quelle von Vetain, einer chemischen Verbindung, die mit der Dämpfung von Entzündungen im Körper in Verbindung gebracht wird. Nächste Aussage der Gluten-Gegner. Gluten kann unfruchtbar machen. Die Es-Weizen-Befürworter dazu. In einer Studie half die Mittelmeer-Diät mit ihrem hohen Getreideanteil paaren bei der Befruchtung durch In-Vitro-Fertilisation beziehungsweise anderen Möglichkeiten sehr gut. Andere Forschungen zeigten, dass Frauen mit Zöliakie einer extremen Form der Gluten-Sensitivität keine größeren Fruchtbarkeitsprobleme haben als der Rest der Bevölkerung. Neue Forschungen haben gezeigt, dass es Lymphsysteme gibt, die in die Fortpflanzungsorgane ableiten. Bisher sind mir zwar keine Untersuchungen bekannt, die einen Zusammenhang zwischen Lymphstauung und Unfruchtbarkeit nachweisen, aber es würde einleuchten, dass verstopfte Lymphkanäle die Abfallstoffe nicht ausreichend aus den Fortpflanzungsorganen ableiten und möglicherweise bei empfängniswilligen Paaren Komplikationen verursachen. Diese Lymphstrukturen wurden erst vor kurzem entdeckt und es wird noch einige Zeit vergehen, bis wir in die Rolle der Lymphe und ihre Beziehung zur Unfruchtbarkeit und zum Krankheitsprozess wirklich verstehen. So, da sind nun 16 Aussagen gewesen aus dem Lager der Glutengegner und Aussagen dazu jeweils immer aus dem Lager der Estweizenbefürworter. Ich bin mir durchaus im Klaren darüber, wie frustrierend es sein kann, einige dieser Studien über die Vorteile von Gluten zu lesen, wenn man mit den unangenehmen Symptomen einer Gluten-Sensitivität zu kämpfen hat. Vielleicht sind Sie immer noch überzeugt, dass Gluten ungesund ist. Ich bezweifle nicht, dass Sie sich tatsächlich besser fühlen und vielleicht sogar unerwünschte Funde verlieren, wenn Sie aufhören, Gluten, Milchprodukte und andere schwerverdeuerliche Lebensmittel essen. Ganz offensichtlich gibt es wissenschaftliche Argumente für beide Seiten der Kontroverse und um das noch einmal zu wiederholen, es ist nicht mein Ziel, unbedingt Weizen und Milchprodukte wieder in Ihre Ernährung einzuführen. Wenn allerdings eine schwache Verdauung die Ursache Ihrer Empfindlichkeit gegen Weizen und Milchprodukte ist, sollte im Interesse Ihrer langfristigen Gesundheit diese Schwäche angegangen werden. Wenn Sie diese Lebensmittel aus Ihrer Ernährung streichen, ohne die Verdauungsschwäche zu beheben, kann dies auf Jahre hinaus zahlreiche gesundheitliche Probleme verursachen. Soweit also jetzt heute einmal zu der Auseinandersetzung Glutengegner gegenüber den Estweizenbefürwortern. Und im Kapitel 3 werden wir dann sehen, was die Milchbefürworter also die Milchbefürworter und die Milchgegner auf diesem Gebiet zu sagen haben.